Kann das ein Eingang sein? Nee, das ist nur ein Schweinespawner. Schade, ich dachte, das wäre der The Beginning of Something New. Oder wie auch immer. The Beginning of Something New ist aber hier gerade nicht so. Ja, da vorne ist auch schon Schicht im Schacht. Das ist aber nicht so schön. Das ist aber nicht Premium. Das habe ich nicht gebucht. Ein Piratenschiff, na wenigstens etwas. Ich habe doch noch etwas gefunden. Sogar zwei Piratenschiffe. Das gibt es ja nicht. Mein Leben ist erfüllt. Sogar mit Piratenflagge. Cooles Pixelart. Sieht nett aus. Was ist das denn? Das habe ich aber nicht gebucht. Ich dachte, das wäre ein Piratenschiff. Wo sind die Piraten? Also das Schiff ist da, aber die Piraten? So, und ähm, wo gibt es jetzt hier was? Ich hätte gern was. So, ein Mistvieh. Ähm, na ist ja wunderbar. Ah, weißt du was? Ich, äh, I'm out. So, möge das Schiff sinken. Ne, doch egal. Doofes Schiff. Ich dachte, upsah. Da habe ich, upsah, da habe ich, hoffe ich, hätte ich jetzt nicht zu laut geschrien. Aber da habe ich aus Versehen auf meine Maus auf eine Taste gedrückt. Hier passt auf. Er ignoriert einfach Rüstung. Wir können hinten einen mit Goldrüstung mit zwei Schlägen. Ist recht angenehm, finde ich. Gold, ich meine, etwas. Eine hohle Kokosnuss. Auch nett. Äh, das geht ja gar nicht. Ich muss mal ganz kurz. Ähm, das, 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 das. Das kann eigentlich, ach nee, es fliegt ja um uns herum. Genau, ich vergaß. So, und das kommt da dann auch noch rein. Und das kommt da auch noch rein. Ach, hier haben wir auch noch einen Amboss drin. Was man nicht alles hat. Da haben wir den Stahlzerstörer. Von welcher Seite kamen wir? Von der rechten. Also auf der Karte gesehen rechts. Das heißt, ich fliege jetzt mal weiter nach da und mein Ohr juckt ziemlich. Das ist nichts, äh, noch ein Dorf. Noch ein Dorf. Tatsache. Ein riesiger Berg. Doch leider. Bär, ich rette. Oh. Ich konnte ihn nicht mehr retten. Ich, äh, falls Greenpeace fragt, ich habe damit nichts zu tun. Ich konnte nichts mehr tun. Also wirklich schöner Sternenhimmel. Sehr viele Sterne. Würde ich ganz gerne mal hinfliegen. Aber, was ich auch ganz gerne machen würde, ist in irgendeine Festung gehen. Zum Beispiel, wenn hier zufällig auf der Karte eines spawnen würde. Hallo, Creeperle. Na komm schon. Eine Festung. Hier in dem Gebiet hatte ich doch letztens auch eine Festung. Da kann doch jetzt vielleicht noch eine spawnen. Und was ist das da? Das sieht ja fast so aus wie im Eta. Ähm, soll das so sein? Ah. Ja, das soll wirklich so sein. So. Hier. Ah. Nehmen wir diese Mistviecher. Eine, ein Real Mops. Alchemist, Quicksand, Blast auf. Aber das macht nicht viel. Das ist keine Imba-Spinne. Alter, das geht mir ja auch ein bisschen hier, ähm. Du weißt schon, ne? So. Endlich Ruhe. Und jetzt raus hier. Lass mal was essen vielleicht. Äh, diese Dinger, die mir um den Kopf fliegen. Das ist der Nachteil an der Meteoritenrüstung. Es fliegt einem wirklich alles um den Kopf. Alles. Alles. Und zum Beispiel einen Fiserite Bruce-Panzer natürlich. Den würde ich aber ganz gerne mitnehmen. So, es ist, ah, da haben wir ihn. Immerhin schon mal etwas, bisschen was gefunden. Hallo, ihr Zombies mit Rüstung. Habt ihr vielleicht irgendwo eine Festung gesehen? Was hab ich denn für einen Buff drauf? Resistenz 2. Also manchmal verstehe ich nicht, warum die Dinger einen solche Sachen geben, dass man hier null Schaden. Einfach keinen. Keinen einzigen. Weil Resistenz 2. Resistenz 1 ist schon ein ziemlicher Unterschied. Aber Resistenz 2 noch. Und vor allem das von einem Gegner. Also irgendwie sind die Gegner seltsam. Komm, jetzt eine Festung, wo ich einen Bossgegner finde. Also so einen richtigen Bossgegner. Nicht irgendwie so einen Walker King oder so. Oder so einen Nekromanten. Sondern einfach so ein richtiger Bossgegner. So die Riesenspinne oder ähnlich. Okay, davor hätte ich Angst. Oder Ekel. Ich weiß nicht, was ich mehr hab. Ob Angst oder Ekel. Auf jeden Fall beides. I've been entering your... Was, Noob? Ja, jetzt komm, jetzt land da doch mal. Na, jetzt, jetzt land da doch. So. Ich wollte meinen Rapier rausholen, bitte. Ähm, und zwar... Da, so. Ach, die sind schon alle im Wasser. Gut, ich schau mich mal eben in eurem Schiff um, ne? Eine Printing Press, nehm ich mit, weil's geht. Aber ansonsten... Fackeln, ein paar Leder. Sei mal bitte ruhig. Ja, ich, äh, versuch mich hier zu konzentrieren. Eine Uhr, Pfeile. Eine Scroll of Escape, die nehm ich auch gerne mit. Die Strings können hier bleiben. Na, komm her. Danke. Dann hier noch. Und dann haben wir hier ein Red Backpack. Dafür können die Spinnenaugen hier bleiben. Und sonst haben wir hier nichts Spannendes. Haha. Gestorben. Oh, ein Rare Mob. Naja, der war jetzt, äh, nicht so rare. Außer, dass er mich geblindet hat. Aber auch nicht lange. Hm. Kann ich hier vielleicht mal irgendwo was finden? Eventuell, da vorne ist wenigstens ein Turm, scheint so. Dann mach ich mal wenigstens einen kleinen Turm. Aber das ist auch so ein Kackturm, oder? Ne, das ist so eine blöde Falle. Hier, passt auf. So, da. Wunderschön, ne? Vielleicht hätte ich meine Feuerresistenz mitnehmen sollen. Ähm. Ja. I'm very satisfied with this map, because it's so great. Es kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo, wirklich nirgendwo etwas ist. There must be somewhere, something. Und ich sollte aufhören, Englisch zu reden. Das wäre vielleicht ganz gut. Na komm schon, ein bisschen was. Hallo. Äh, ich glaube, ich gehe gleich nach Hause. Hm. Ich glaube, ich gehe gleich wirklich nach Hause. Das kann doch, das kann doch gar nicht sein, dass hier gar nichts ist. Hallo. Da hinten nimmt wieder ein Bärschaden. Na komm schon, bitte ein klein bisschen was. So eine Festung in Berge, die, die wäre doch ganz nett. Irgendwie mit einem ganz guten Bossgegner. Aber irgendwas halt. Hat einfach so ein bisschen was. Zum Beispiel ein Friedhof. Nein, 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 etwas. Wir könnten uns ja rein theoretisch auch unseren eigenen Friedhof anbauen. Aber ich wüsste nicht. Nein, Blume, geh weg. Ich wüsste nicht, was wir damit sollten. So. C.S. Passé. Oder falls das, du bist, Geschichte auf Französisch heißt. Und was das hier schön ist. Habe ich noch nie gesehen, aber da hinten ist wenigstens ein Turm. Na, wenigstens etwas. Na, wenigstens etwas. Ein bisschen etwas. Das freut mich doch aber schon. Okay. Wow. Naja, okay, sind die ersten Etagen. Da kann ich nicht so viel von erwarten. So, dann gehe ich einfach mal ein bisschen hoch. Das nehme ich mit. Das Loran kann auch gerne hier bleiben. Auch wenn ich eigentlich damit ja mal gerne was bauen wollte. Aber ich habe auch schon wieder vergessen, was. Solange wird dieses Projekt ja auch nicht mehr gehen. Deswegen muss man da auch gar nicht so akribisch sein, dass man alles mitnimmt, was man kriegen kann. Und das war ja, wie gesagt, das habe ich ja von Anfang an erwähnt, so ein kleines Zwischenprojekt, was jetzt auch schon, wie viel, 45 Parts oder so fast. Oder 44. Ist auch schon ein bisschen länger als gedacht. Aber da ist man halt zu geneigt, in so einem Endlosspiel ist man dazu geneigt, halt wirklich was Endloses zu machen. Das ist immer so das kleine Problemchen dabei. Ähm, Steak, Beanstalk, brauche ich alles nicht. Das ist immer die Krux bei den Sachen, aber auch nicht weiter schlimm. Ich habe ja letzte, äh, gerade mit einem neuen Projekt angefangen, falls einer das von euch weiß. Gothic 3. Weil zum einen laufen die ersten Beine bei mir nicht so recht und zum anderen bin ich daran ein wenig schlecht. Ach, da oben ist schon der Gegner. Gut, dann beende ich das hier noch in dieser Folge. Ein Dingens of Lillipet, da, was auch immer. Ein Endershield, brauche ich nicht. Ein Imbargoldener Apfel, das nehme ich gerne noch mit. Und, ah, hör mal, auch so laut zu sein. Ach, du Scheiße, ist das da oben. Und jetzt habt ihr ein büsches Wort gesagt. So, egal, tschüss. Fliegt sogar mir alles noch hinterher. Ich fasse es nicht. Wieder ein Alkaes, Schoko-Go, Golden Gisal, Clay, Printing Press. Gut, das war's mit dem Tower. Da vorne geht noch ein Tower in den Boden. Aber, den lasse ich jetzt einfach mal gerade Tower sein. Vielleicht machen wir es in der nächsten Folge. Wer weiß. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Baue mir noch hier mal ganz kurz mein, ähm, schönes Haus. So, das wird schön, dass da freut sich jemand. Jeder, der hier zusieht, freut sich über dieses Haus. Das ist nämlich einfach wunderschön. Und verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.